Hallo Leute, ich bin's wieder, der Krojian. Es geht weiter, Mrs. Super Marillette 3. Okay, was gibt's denn hier? Eine eklige Maus, die Agro drauf ist? Du verfickte Maus, ich komm. Okay, du bist tot. Ich muss jetzt irgendwie wieder größer werden. Ähm, nein, es geht wohl nicht. Was war das denn? Okay, Ente ist tot. Jetzt kommt die Bummer und die Attacke von ihm. Ach, bleib da oben. Und? Feuerwerfer. Du verdammt! Ich hasse dich, du scheiß Ententeil. Ich hasse dich und deine Mama. Wenn du deine Mama hasst. Schenk ich genug Münzen? Ja, ich hab genug Münzen. Gespeichert, super. Ähm, nein, spring hoch und nicht battlen. Ja, rein. Was kommt denn jetzt? Ach, die eklige Maus. Okay, ich hab ja sowieso gespeichert. Deswegen reg ich mich jetzt eigentlich nicht auf. Aber trotzdem regt es mich auf. Aber ich bin trotzdem wieder groß. Aha, ich bin groß und klein und ich bin braun. Ja, ich bin braun. Wie alle das gesehen haben, bei meinem Tech-Video. Was machst du da? Verpiss dich. Feuerwerfer. 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 Jetzt kommt mal eine Wache. Jetzt kommt mal eine Wache. Okay, wo ist denn deine Maus? Okay, das kann man nicht. Okay. Ähm, ja. Ja, aber wie soll ich jetzt da hochkommen? Verdammt nochmal. Maus, stirb. Achso, so soll ich hochkommen. Okay. Okay, hoch mit dir. Nein, geht wohl nicht. Ähm, ja. So, dankeschön. Ein Schlüssel. Achso, das Schlüssel für das hinten da. Ähm, nein. Wo war jetzt dann dieser komische Teil da? Der Fire Messenger hat irgendwas erzählt, dass da irgendwas Gutes für mich drin ist. Das probiere ich da gleich mal aus. Vielleicht stimmt das hier auch. Keine Ahnung, aber er meint, er hat es durchgespielt. Ich probiere es einfach mal aus. Okay. Öffnen. Was gibt es denn da Schönes für uns? Okay, was habe ich jetzt da bekommen? Achso, mein Ziel ist, dass ich diese Schätze zu sammeln oder was? Achso. Warte, wenn das wirklich das Ziel ist. Dann habe ich irgendwas rein, dann habe ich irgendwie eingekackt, glaube ich. Ähm, ich stirb. Und wo hast du den Morgenstern jetzt bekommen? Den habe ich denn nicht gegeben hier. Egal, ich werde sowieso so spät, die Schätze zu holen, deswegen kein Bock. Ach, warum habe ich das jetzt gemacht? Das bringt mir jetzt nichts. Ich bin jetzt nur ein komischer Wikinger, der fett ist. Nur ein kleiner, fettter Wikinger, der geldgierig ist. Der Boss-Time. Ähm, ja. Ja, okay. Ähm, ja. Ähm, ja, okay. Okay. Okay, ich verstehe immer noch nicht, was das hier, was da gerade passiert ist, aber... Egal. Ich gehe jetzt einfach mal los und töte alles, was mir in die Bequere kommt. Weil das jetzt mich richtig momentan richtig aufregt, diese Basterne von mir in den Augen zu sehen. Okay, das hier. Ach, ich gehe sofort zum Boss. Ich gehe sofort zum Boss und ein Leben. Äh, ein Leben. Ach, auch mit dir. Äh, pff, 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 okay, okay, okay. Ich gehe zum Boss und ich scheiße auf die Schatzruhe da, Final Messenger. Nichts gegen dich. Aber ich will einfach das Spiel hier durchbekommen. Ich verstehe sowieso nicht, warum das Super Mario Land 3 heißt, aber... Egal. Wartet mal kurz. Okay, ich habe nur kurz gespeichert. Das geht weiter. Und wer habe ich den Boss denn besiegt? Ja, okay, jetzt kommen deine komischen Kinder. Ähm, ja. Achso, du musst immer hinten bleiben. Okay. Wenn du nach hinten gehst, musst du dich schlagen. Ähm, nein. Nein. Nein, 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 nein. Wartet. Okay, es geht weiter. Ach, wartet mal. Wartet. Okay. Es geht weiter. Wie habe ich denn jetzt ihn getötet? Achso, ich muss die Vögel in seinen Mund werfen. Okay. Okay, wartet. Okay, es geht weiter. Und komm schon, deine Vögel. Komm, mach die schon. So. So. Ach, fick dich da. Ach man, ich fick dich. Ich schwör auf alles. Verdammt, ich habe gerade keinem Harz gespielt. Das bin ich ein bisschen verwirrt. Aber warte. Okay, es geht weiter. Ich muss jetzt nur daran gewinnen, eine Ware hier zu spielen und nicht keinem Harz. Ach man. Komm schon, wieder Vögel. Ach man, das wollte ich doch nicht. Komm. Ach man, ich springe dich um. Ich fick dich, du Bastard. Wartet. Okay, es geht weiter. Mann, ich muss jetzt irgendwie überleben bei diesen komischen Bastard-Vögeln. Die sind sowieso hässlich. Ähm, wartet. Okay, nochmal. Ich mache das einfach nochmal. Ja, weil ich schon am Anfang Fehler gemacht habe. Ach man. Komm schon, Mann. Verarsch mich doch nicht. Ja, okay. Das habe ich jetzt gemacht. Ich schlag gleich den Computer kaputt. Wartet. Okay. Ich mache den Computer fertig, wenn er... Ich mache alles, das kriegt mich jetzt momentan so tierisch auf, dass er Bastard so... ...eklig zu besiegen ist. Ey. Komm, mach den Mund auf. Okay, so. Wartet. Okay, es geht weiter. Ähm, okay. Okay, okay, okay. Okay, nochmal. Ähm, ja. Ja, okay. Das war jetzt irgendwie falsch, aber egal. Du. Genau als ich auf dich gekommen bin, stößt dich wieder auf, du Baster. Fick dich ins Kno. Okay, weiter. Ich hasse dieses Spiel. Okay, komm her. Getötet. Boah, okay. Okay. Mann, ich hab... Ah, fick dich doch. Mann. Wie oft muss ich diesen Bastard besiegen? Ja, tick nicht aus. Ich will raus. Du willst Geld versuchen, okay. Aber ich lasse dich nicht. Raus mit dir. Egal, wie oft du das anguckst. Ich lasse dich nicht. Äh. Ähm, ich hab die Schatztruhe. Hä? Ich hab den Schatz irgendwie noch, aber... Egal. Okay, er wird irgendwie weggeschossen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, okay. Passley Woods. Passley Woods, okay. Ja, okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wozu und dafür bin ich denn jetzt? Ähm, ja. Okay. Übertrag doch gleich. Ich hab echt langsam keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Oder ich bin nur gerade gestresst wie ein Kind am Harz. Vielleicht deswegen nur. Vielleicht nur deswegen. Ach, fick dich. Ich geh einfach unter Wasser durch. Ähm. Hm. Hm. Okay. Wartet. Okay, hier bin ich die Aufnahme. Und wir sind jetzt ein Part hier und. Tschüss. Tschüss.